Das geht ab, man. Das geht los. Nicht das blöde Boot. Nee, die Yacht geht eigentlich. Die finde ich ja nicht so schwer. Ich kam da am Anfang noch nicht drauf. Gar nicht. Aber nachdem wir immer diese Reihe an Runden hatten, wir nur auf der Yacht gespielt haben, ging das schon an. Echt im Fletcher. So, ich nehm definitiv nicht zur Arbeit. Das macht jetzt wer anders. Soll ich Thermite nehmen? Wurde ich gerade genommen von irgendwie. Ja, von Tachanka. Tachanka willst du Thatcher lieber spielen oder? Tachanka, Tachanka, du bist ein Schatz. Ey Lino, also morgen bei dir kein Grillen, sondern am Wochenende. Oder wie sieht's aus? Ey, am Wochenende bei mir grillen? Aber wer ist bei mir am Wochenende bei mir grillen? Das war schlumfrei. Schlumfrei. Also Party, Bitches und Alkohol. Ne, Drogen, Mann nicht generell. Ne, so ungefähr. Äh, ist mir egal wo. Geh mit mir die Geile hin. Ja, gut. Also was? Dann passt das ja eigentlich nicht bis zu uns, ne? Oh Nico, ich konnte die ganze Zeit Pokémon auch von zuhause spielen. Jetzt geht das gerade nicht. Ich weiß, ich spiele auch euch Pokémon von hier. Ich glaub wir sind, äh, 3rd Floor. Ja, ey. Ich hör zwar jemanden hier rumgelaufen, aber... Ja, 3rd Floor. Ja, 3rd Floor. Das ist ein Rekrut. Ja. Das ist ein Fick, Alter. Sind hier Bar oder Casino? Ja, das Casino. Das Casino. Hier ist das... Warum soll das ein Casino sein? Hier stehen 3 Automaten. Und, äh, einen... Würdest du ihn einfach nur freuen oder was? Nein, ich hänge fest. Ich hänge fest. Was ist eigentlich nicht berichtet? Ähm... Nein, er hat meine Drohde gekriegt. Er ist halt fleißiger Puls. Also wie gesagt, Puls ist am Roaming. Okay. Roam... Da haben wir einen Recruiten. Wir haben einen Recruiten. Das heißt, eine Wand ist nicht groß. Oha, vielleicht sind bitte seine Ziggy-Camps so, Alter. Weiß ich auch nicht, du. Unter uns sind Fuß-Steps. Unter uns sind Fuß-Steps. Jo. Okay, hier kommt keiner. Ich höre keinen. Da sind die Wände. Die Kamera ist noch alle rechts von dir oben in der Ecke. Jo. Der Pader Magazin! Holy fuck! Das ist ja offen! Your face, bitch! Kann jemand in-Room marken? Ja. 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 Na ja. Hab links geingert. Links ist einer, der ist da runtergelaufen. Einer rennt zu Valkyrie und hält den hoch. Valkyrie steht wieder. Hinter uns ran der Treppe. Was da kommt denn noch? Er hat grad schon der Puls gepiekt. Jaja, ich guck, ich guck, ich deck ab. Recruit ist er noch? Recruit ist er auch noch. Er hat mehr gewonnen. Evakuierung erfolgreich. Gute Arbeit. Mit seiner Deagle in der Hand. Diegel Power. Dicke Deagle. Richtig gute Deagle. Was? So, bitte eine Ruhe nehmen und wir wollen Bandit noch haben, das wäre auch sehr sozial. Ähm, wo, wo gehen wir hin? Und eine Castleroni, Alter. Ja. Bin sicher. Ich will Castleroni. Ich würde sagen, wir gehen in Casino. Aber wir brauchen auf jeden Fall eine gute Mute. Wir machen seine Arbeit gut. Guter Mute. Hab ich die Schirme als enttäuschte Zeitsmaul? Lino auswählen, Velo Operator. Lino, 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 Lino. Hast du dir auch hofft, dass es schneller geht, wenn du seinen Namen öfters hast? Ja. Ja. Ist okay, wozu gehen ist genommen. Mach mal die Dropper bitte auch. Äh, bitte die rechten werden wir zuerst gemacht. Nein, nein, nein. Weil die hier machen, weil ich mach die Dropper zu. Wo nochmal? Ping nochmal welche Wände? Ja, neben Hedeberg. Das ist die Drohne. Hast du? Sie war grad hinter dir. Was ist damit? Zumachen. Ich mach die Dropper. 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Die Wand ist verstärkt! Habt ihr oben zugemacht? Ja, in der Ball. Ach du, die Gegner haben Sichtkontakt zu Geisel. Der Boden wurde verstärkt! Gerät ist platziert. Äh. Der Chanka? Du hast auch ne Shotgun, oder? Gerät ist platziert. Nö. Äh. Da lockst du das auf. Ich hab... Ah, sorry. Warte auflassen. Ich hab Kesselwände. Ja. Habt ihr hier noch verstärkte Wände bei mir? Hinter der... Ich hab keine mehr, sorry. Ich hab keine mehr. Der ist schon praktisch. Irgendwer? Hallo? Wir brauchen hier noch verstärkte Wände. Ja. Ich bin hier noch raus. Eine Wand könnte nur aufgesprengt werden. Also da fehlt noch ein Disruptor. Ja, ja. Stacheldrand platziert. Aber man könnte den hier aufheben und den Bile zwischen die beiden stellen. Äh, es werden aber glaub ich immer nur zwei. Wie viele Elektronik hast du noch? Ich hab schon alle... Schlagen das ein. Schlagen das ein. Woah, hier ist ein Wuthermite. Als ob das irgendwann kaputt geht. Ja, tut das. Echt jetzt? Noch 15 bis 20 Schlägen ungefähr. Oh Junge, natürlich ist es ein... Geh weg, Enric. Bei mir, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Oh, schade. Es ist auf jeden Fall ein Blackbeard. Sup. Geht einfach da weg und lasst euch dann weg. Ich hätte einfach C4 in 2 wollen, Mann. Geht hinten. Geh schnell raus, geh schnell raus. Achso, okay. Ja, da hätten ist jemand. Pass auf, dass ihr euch da jetzt nicht wegholen lassen im Zwischengang. Der hängt da, wo ich gehangen hab. Da zerschießt die Mutes und so'n Scheiß. Ja. Ich war wieder in Deckung, aber okay. Darf ich mal... Nein, war's schon nicht. Darf ich mal sehen? Darf ich mal sehen? Ja, scheiß auf die Killcamp. Ich hab's gesehen, was du da gerade gemacht hast. Ich hab' einmal kurz geguckt und er hat mich hingelegt dann. Ja, aber dann... Der ist ein bisschen langsam, ne? Auch einen Moment. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall da ist Ash. Füße unten unter? Genau. Ich hab' mal... Tachanga da, wo du gerade hinschießt. Da ist Ash. Schießt durch die Theke. WTF, man? Doch wo hinschießt die andere? Äh, Thermalz, Thermalz ist genau rechts neben dir. Bei mir sind's zwei. Ich lebe erst nicht. Ich mag ihn. Ja, da ist Twitch. Äh, ein Reck, über die die Decke wird aufgesprengt. Oh ja. Was denn Twitch ist da? Ah, Mist. Driver von allen Seiten. Backbeard. Bei Hayes ist Backbeard. Oh, dieses Scheiß. Chill. Ja. Der hat mich durch die Wand erschrocken. Oh fuck. Das geht nicht. Der Hengst ist runter geglaubt. Er kommt rein. Hayes, glaub' ich. Ist er verloren die Runde. Kann er nichts anmachen. Also liegt sich genau, dass sie die Leiche abknallen. Lieb der Typ gerade in der Luft? Äh, ja. Ich hab's gesehen. Ich hab's, ja. Ich hab's gesehen. Alter, er hatte keine Webelsäule, man. Gibt er das? Das ist einfach die Animation. Ja. Wow. Alter. Da hat man sich auch nicht mehr dabei. Erstmal ein Schluck Tee. Genau. Erstmal ein Schluck Tee. Ich sag dazu nur, Blackbeard total okay, Alter. Holy Shit. Please nerf that fucker. Wär das nicht Blackbeard gewesen, wär er schon mal am Fenster gestorben. Junge, der wär ja schon direkt am Anfang der Runde verreckt, als er das Fenster aufgeschlagen hat, weil ich ihm direkt 5x70 geschossen hab. Wo die da die ganze Zeit entgegen gehauen haben, da hätten wir einfach einmal kurz die 4 dran schmeißen müssen. Ja, putz. Habe ich aber nicht dran gedacht. Obwohl ich jetzt die 4 dabei hatte. Dann los. Wir brauchen immer noch. Danke. Warum bleibt das bei mir? An mir kleben? Dann nehmt doch nicht so was wie... Was ist jetzt? Ja, es kriecht dir jetzt aus, mann. Sonst geht das nicht besser. Ich meine, dann nehmt doch nicht so was wie Sledge. Keine Ahnung. Sledge ist irgendwie... Sledge? Was? Wir sind unten in der Engine Room. Ja, ich hab immer noch nicht so viele Operator. Die Geisel wurde lokalisiert. Feinde angenehm. Versteht euch mit den Drohnen. Hebt die auf. Ja. Springen ins Regal. Ja, so. Ja, nicht mehr bewegen. Einsatz in 5 Sekunden. Oh, der Spot ist schön heiß. Na ja, na. Du wirst halt schnell gesehen, ne? Ja, aber... Kann auch klappen. Nein, Alter. Ich schluss mich jetzt schön an. Aktiviere Drohne. Weiß hier nicht. Sind wir alle unten? Paul fragt, ob gleich einer geht. Nein, es geht keiner. Ich will jetzt erstmal ranken ein bisschen. Ich brauche hier mal, glaube ich, ne EMP? Zumindest. Ja, ich brauche hier ne EMP. Ich komm, ich komm, ich komm. Kapkern und Paul slurken. Warte, dann Lux? Ne, doch nicht. Sind wir da drin. Sledge, hau mal oben die Decke auf. Okay. Direkt hinten drüber ist ne... Links, du kannst auch machen. Mach auf. Jop. Es sind drei, vier Leute oben. Also wenn wir unten durchblütschen wollen, okay. Es steht nur, unten ist nur mobiles Jäger in der Tür. Gesundheit. Wie gesagt, es sind vier. Da liegt noch jemand durch den Gang, aber ich habe ihn leider zu spät erwischt. Was? Ich hab dich nicht mehr. Ey, ich hab dich nicht mehr. Kapkern ist bei den Stairs. Bei mir ist das... Der Fack. Ich komme mit meiner Drohne nicht mehr aus dem Raum raus, glaube ich. Warte. Bled? Komm mal hin zu mir. Da ist ein Parcophone, einer. Raus aus dem strengbereich. Bled? Why, der? Why? Achso, Entschuldigung! Ja irgendwo vor mir. Hau mal die Tür da auf. Komme. Und dann verpisst du dich da direkt wieder. Okay. Ja. Er hat das Fenster auf. Das war Castle, glaube ich, oder? Nee, Puls. Deswegen wusste er es auch. Wir geben dir Wetterförderungs. Äh, warte, 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 da, da, ja, Füße. Da ist, hier komme ich echt nicht weiter. Ediweg, pass auf, Puls ist in der Ecke. Jo, ich sehe es. Soll er vielleicht hier rein oder nichts? Ich weiß es nicht. Nein, ganz woanders, scheiße. Jetzt müssen wir smile, Mann. Ja. Wollt ihr jetzt von hinten rein oder was? Von unten, da sind sie doch sowieso. Puls ist da. Warte, will du nichts? Warte. Du gehst vor, ich habe da eine Drohne. Okay. Geh rein. Also warte, 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 warte. Ja. Gut, hier ist nichts in dem Vorraum, lass jetzt mal rein. Okay. Ja, geh rein. Der ist in der Linken hinten. Gut. Kannst vorrücken. Okay. Okay. Ist clear. Ich nehme die. Geisel ist sicher. Ja, Puls. Nice. Puls war, glaube ich, hier. Kann das sein? Ja. Puls war hier. Der Puls rennt irgendwo im Arsch der Welt rum. Ich gehe einfach runter. Ja. Den Trick hat mir Hayes verraten. Hedeberg, wenn wir da ganz unten sind, ne? Auf diesen gelben Spuren an den Seiten, da machst du keinen Sound mehr, wenn du draufläufst, ne? Wie gesagt, klappt aber nicht bei allen Operatoren. Wo gehen wir diesmal hin? Ohne Scheiß. Ich bin einfach in diesen Raum reingelaufen. Alle haben den Typen wirklich so. Wo gehen wir diesmal hin, Leute? Ich möchte mal Mute spielen. Ich mag seine Waffe nicht. Wo gehen wir hin? Oh Gott, man. Sorry, ich kann mit dir nicht umgehen. Welcher Raum, Leute? Cafeteria, Engine, was machen wir? Sagts? Gartenraum einfach. Bleib zu. Ich bin noch in der Zeit. Boah, ihr müsst echt drüberschalten, Mann. Die Geisel muss beschützt werden. Genau. Aber ich höre, Orban, kannst du gut spawnen oder pinnen? Den nur spawnraten wir eben. Vorne am Schiff. Kann man? Nee. Sohne ist drin. Macht keine Fass. Ich brauche immer noch ne Wand. Ich hab noch ne Wand. Ich hab noch ne Wand. Okay. Ich hab auch noch gebraucht. Ja, aber habt ihr überhaupt Drohnen gesehen? JAP. JAP. Hier ist eine. Er hat ihn zerstört. Aber eine. Alter, sperr mich nie ein. Jetzt bin ich schon wieder in dem Raum gefangen. Castle, do your thing hier hinten nochmal. Boah, wo ich mich hier verstecken soll, ist jetzt die andere Frage. Muss hier nicht auch noch eine verstärkte Wand hin? Wo? Ping mal. Ping mal. Achso, ähm... Äh, unten ist die Fenster angeschlagen worden. Alter, lebe bitte jemand hinter mir die Treppe frei. Okay, mach downlocks gerade. Ja, naja. Ja, unten geht ne Fenster auf. Äh, hat lieber seine Westen? Geht an seine Westen, oder? Ja. Nein, ich hab meine Westen nicht. Prost. Oh shit. Scheiße, nein, ist dein Ernst? Wie denn? Feindsuche läuft. Er wusste es irgendwie, wo ich bin. Holy shit. Er hat mir gerade auch richtig vertreiben durch die Wand gegeben. Ja, mir auch jetzt gerade. So, einmal down. Schön. Fuse hängt vom Fenster links. Fuck. Fuck, man. Das macht hier alles zu, Mann. Das ist hier gerade voll die Todeswolle. Unten ist die Tür doch auf. Ich setze den Herzschlag-Sensor ein. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ja, ja. Aber ich hab keinen Sound gehört. Nur so und dachte so, hey, warte. Bei mir hat das voll gewimmert gerade. Die Eisenwände klappern. Echt? Also vorne, als da die Fuse da haben. Wow. Wow. Hä? Weißt du, wo ich bin? Ja, da ist schon die ganze Zeit so komisch. Holy fuck. Klar, er schießt jetzt auch noch hin, wo ich bin, oder was? Donnungs, die sind draußen auf der Rehling rechts. Rechts. Also von dir links gesehen. Ja, markiert. Ja. Na gut. Du fuck, Hawkstar Blackbeard, Mann. Seht, äh... Geh nicht peken. Links. Ja. Fuck, geht mal, verpiss dich. Geh runter, geh runter. Hau einfach ab. Ja, pass auf, unten war gerade einer, ne? Ich weiß nicht, dass du das... Ja, kommt doch schon. Kommt. What the fuck über dir? Er ist da und... Da ist er. Da sind drei. Scheint so, als ob jemand rechts hier im Raum wäre. Alter! Der hat einen Warleg. Safe. Safe Call, Mann. Safe. Ist klar, Mann. Ist klar. Fuse. Ist klar. Er schießt einfach durch... Okay. Okay. Er konnte safe nicht wissen, dass ich da bin. Safe nicht. Was? Ja, der hat einen Warleg. Donnungs. Ja, er riecht dich einfach. Ja. Geile Sache, Alter. Bleibt einfach, wo ihr seid, ihr zwei. Okay. Wir springen jetzt über die Wand da. Bei euch. Die pushen jetzt wahrscheinlich. Komm, mach dann mal Zeit. Mach auf Zeit. Mach auf Zeit. Scheiß weg, wir sollten da. Das noch in der Zone? Schade. Aber noch mal. Ja, aber da hättest du echt nicht so mit den Schüssen sparen können. Müssen. Jetzt hast du einen Double-Kill gemacht. Jetzt hättest du einfach richtig draufgehalten. Ja. Wow. Hey, ne, aber Fuse war grad strange. Richtig strange. Der ist er auch, Mann. That was not legit. Ich wurde auch einfach durch die Wand getötet, Alter. Weißt, das Fenster wurde nicht eingeschossen. Er krampelt erst da am Fensterraum. Ja. Und dann auf einmal, ich hab mich nicht bewegt. Schießt mir genau in diesen komischen 65 Grad Winkel. Durch dieses Fenster nach unten rechts. Und dann auf einmal so, oh, ich hab ihn getroffen. Aber, ähm, Haze, hast du mir zugeschaut, wie der mich geholt hat? Ja, ich hab nur gesehen, wie du geholt wurdest. Durch die Wand da. Ja. Weißt du, erst wo er... Okay, das kann sein, dass es Glück war, aber... Ja, aber erst schießt er von rechts vorm Fenster rein, weißt. Aber rechts schießt er erst vorm Fenster rein, und dann hat er mich ja schon gesehen. Und ich war nicht markiert oder so. Aber naja, mal schauen. Nein, wir reißen das noch. Auch gegen Helka. Ja, geht schon. Casino sind's hier nicht, oder? Nein. Cool. Kann es sein, dass sie wieder Maschinenraum sind? Guckst du mal da los? Äh, die sind... Ne, sie ist. Maschinenraum sind... Second Floor, Second Floor. Cafeteria. Cafeteria, okay. Cafeteria ist aber First Floor. Ja. Mann, wo ist die Treppe? Ich hab alles mit unten. Ja, ich auch. Wie scheiße ist das Bisse? Ja, ich hab... Sind sogar alle rot. Mann, Mann, ich bin in die Schlitz... Ich bin in die Todeschlitz reingepackt. Wie kommen wir nicht mehr raus? Oh... Geil. Ich bin in die Todesritze. Hahaha. Das sind meine Drohne. Also, meine schillt ihr Leben auf dem Bett. Und ich schwimme ein Lech hinter dir. Da ist der Kerle voraus. Erdgeschossen. Äh, hier wurden definitiv... Oder? Definitiv nehme ich jetzt hier zu sagen. Aber ich glaube, hier wurden Kameras rausgeschmissen. Wer ist eigentlich der letzte Operator? Valkyrie. Okay. Hier wurden Kameras rausgeschmissen. Bist du sicher? Weil das Holz wurde nicht eingeschossen oder so? Gar nichts? Guck mal da. Oder? Nein, nein, gar nichts. Guck. Da ist die Scheibe kaputt. Doch, da ist die Scheibe weg. Ja, die Scheibe. Aber hier, guck mal. Das ist unversehrt hier. Ja, weil er sich aber heile. Achso. Ah, okay. Holt steht hier drinnen. Ab ihn. Yo, der Tatcher. Ja, kommt fast. Ist ganz jemand Valkyrie gekommen? Ja, ja. Ist ein Wallhacker. Ist safe einer. Das kann ich sein. Ey, wenn ihr gleich in dem Raum seid, bitte guckt mal, ob da nichts ohne Kamera ist. Alter, was? Was? Nein, nein, downlocks. Downlocks. Das ist keine Kamera. Hier oben. Hier ist keine Kamera. Oben links. Oben links. Ja. Ich reporte ihn. Ja. Macht das gleich mal bitte. Hab ich auch schon. Oh. Holy fuck. Das Headshot, Alter. Du meinst X-Code? Ja. Ja. Reportet ihn alle. Scheiß Wallhacker, Mann. Ich hatte keine Kamera. Guck mal, du bist direkt wo ich bin. Nein! Geh weg, Mann. Da vorne ist einer. Da. Ich bin natürlich. Ich muss vor euch stehen. Das ist mein Job. Ja, du sitzt grad vor mir wieder in der Schussbahn. Deswegen. Da steht einer. Da war ein Gegner übrig. Okay. Lars ist hier. Hinter der Wand. Ja. War grad. Links. 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 Da war da ne Bubi-Trap. Verdammt. Hab ich nicht gesehen. Wechsel das mal ganz gut. Henry kannst du das hier mal aufballern? Oder so. Eigener Togart-Gegner eliminiert. Ja, er hatte nicht mal den Hauch einer Chance. Achte einfach für Klanos, er mich jetzt anguckt. Oh nein! Surprise, Motherfucker. Junge, er wusste gar nicht, was ihm geschieht. Alter, aber der andere Pisser da, der geht mir grad aufm Sack. Boah. Komm, wir müssen das jetzt reißen. Ich will die Runde schnell hinter mich frühen. Schnell meine ich. Also gewinnen, damit es vorbei ist. Ja. Weil wir neue Gegner haben. Weil ich hab keinen Bock mehr drauf. Was nehmen wir? Welcher Raum? Ich würd sagen Boote, 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 Boote. Boote? Boah. Ah ne. Engine. Boote geht nicht. Boote, Boote. Boote. Weil da gibt's wenig Wände, wo der Typ durchballern kann einfach so. Yes. Ach, das ist der Schlo, der... Ehhh. Ehhh. Wird er damit einverstanden, wenn wir Spawn trappen von hier? Ja. Nicht, 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 nicht. Wird's wirklich da Spawn trappen? Warte, Nico, geh weg, geh weg. Warte, hand, passt. Warte, wir sind auf den Weg. Ohne, ich kann das auch machen. Und gut, so kann man es auch machen. Ohne, brauchen wir doch nicht wie ein Force-Win-Fort, denn die müssen vor den Schöpfen. Ah ja. Hey, soll ich hier zumachen oder nicht? Komm mit einfach. 5 Sekunden noch. Braucht noch jemand, der mit mir nach hinten zielt. Auf dem Berg da. Gute Arbeit. Standort der Geisel weiterhin unbekannt. Ja, jetzt spawnt hier keiner. Ja, jetzt spawnt hier keiner. Scheiße, haben die Geisel entdeckt. Ja, das ist eine Drohne. Drohne kaputt. Ich guck hier. Muss ich echt nix zu sagen, Herr Enric. Die Drohne ist genau ausgewichen in dem Moment, als ich sie totknallen könnte. Ja, und du aimst hinterher. Hast du noch einen Jammer hierfür? Ja, sorry. Hier. Hast du die Scheiße mit der Drohne gesetzt, Enric? Welche soll ich in die Strom setzen? Ist mir echt scheißegal, aber du musst überhaupt ein Gadget. Ja, da hinten wäre es nicht voll gewesen. Haben sie jetzt aber zugemacht. Ja, genau, genau. Dann los, ich gucke schon auf die Tür. Guck du da vorne. Also da vorne. Oh, der Tachanga? Okay, Tachanga. Ah ja, ich habe irgendwo auch mal was. Hier wurde ein Loch reingeschossen. Ja, er ist nice. Wolltet ihr nicht spawnen? Rape? Ja, da ist keiner gespawnt. Komischerweise, ja. Ich habe einen Endured, der liegt da um die Ecke. Was? Schon wieder? Ja. Ja. Fucking Cheater. Das ist ja ein richtiger Pisser, Alter. Die kommt da vorne, ne, Enric, aufpassen. Guckst du da hin? Ja, Alter. Okay, gut, dann gucke ich halt da hier. Wir haben da Ahnung, wo die kommen. Mit der Tachanga nehm ich mal. Oder? Ja, die schießt mal mit mir das Ding auf. Ich glaube da ist das Fenster aufgegangen, wo du gerade hingeguckt hast, Tachanga. Ja, ich weiß. Was? Da kommt einer rein. Da, Enric, da kommt gleich einer. Ich... Ja. Ist Blackbeard, ist Blackbeard. Ne, ne, ich gucke nicht. Ist Blackbeard. Da kommen sie nicht ohne weiteres durch. Da ist ja Schild und Sprengfalle. Ach, da hinten auch dann los. Was? Da auch. Ja, aber da kommt... Einfach Schirm. Jo. Warte, fuck. Kickboss hat auch an. Ey, Upstairs ist dann also einer, ne? Oh, ja. Blackbeard, vorsichtig Hedeberg. Er bleibt da in Deckung. Der sieht mich von dir nicht. Bleib einfach in Deckung. Auf 40 Sekunden. Achte auf die Treppe. Ja, ja. Auf die Treppe. Enric, achte du auf die Treppe. Ja, ich achte auf die Treppe. Aber einer muss dann noch auf Blackbeard. Ey, und bleibt beim Schild weg. Bleibt da einfach weg. Hedeberg. Okay. Ehm, die war nach oben rechts. Okay. Ne, ich meine jetzt nicht Hede. Du aimst einfach hinten auf die Tür. Unter der Geisel. Ja, da kommt ein. Die, die Twitch hat auch ein Rolex, ne? Oder so. Beide. Rechts und unten. Und links. Oh, nice cheats. Nice cheats. Ich wünschte auch warleck, Alter. Ich habe auch nicht das ganze Team bei denen warleck, Alter. Vielleicht liegt das auch an den schlechten Ping von denen. Nee, sie hat mich gerade durch zwei Zubewände abgefallen. Bei Xcode liegt das safe nicht am Ping. Und sie hat wirklich, du hast wirklich gesehen, wie sie durch, durch, durch die Wand so auf meinen Kopf gesiekt. Ja. Ähm, wo gehen wir hin? Quateria? Okay. Oh, da witzen wir mal. Das macht doch keinen Spaß mehr, so einen Scheiß. Aber das ist normal in Rainbow Six. Je höher du an der Elo kommst, weißt du so, da geht die erste Runde eventuell noch normal ab und dann merkt irgendjemand, oh der hat mich gefakt. Ja, jetzt muss ich mal hacken. Ja. Der Mute verteilt noch deine Stöße. Der Morrison, der hat mich noch. Ja, aber... Ich hoffe, ihr habt ja alle durch Sport, oder? Ja. Ähm, ich brauche hier noch eine Wand. Naja, und hier wie Stark ist jetzt irgendwie irgendwas nicht so... Wo muss noch eine Wand hin? Ja, genau. Aufpassen. Oh, er ist gezielt hier, gezielt ausgeschaltet. Was denn? Nicht, 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 jeder. Ja, ja, ja. Der Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel. Wir brauchen zwei Room Defender, bitte zurückgehen. Können die von oben kommen? Ja, ne, fuck. Nein, ich bin ja auf. Störsender Einsatzbereit. Ich suche nach Feinden. Bei mir hier im Nebenraum geht was auch. Setze Störsender ein. Ganz oben sind welche reingekommen. Ich will euch am besten nicht nur in Wände, die kaputt sind, sondern... Ja, er wird schon durchgeschossen. Ja, X-Code wieder, gell? Ja. Scheiß, Warlacker, Alter. Ohne Witz. Ja, der... 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 Wie soll ich mein Schild denn stellen? Ist das jetzt hier die Frage? Ist das mal hier ne... Da ist es glaube ich am besten, weil da gibt es keine... Über euch ist einer. Jo? Da, Chang'an guckst du auf die andere Tür? Gehst du doch rüber? Also da, zur der andere Tür. Gut, ich gucke auf die Tür hier. Oh mein Gott, das häss ich mir ja nicht mehr durch die Misten, ah, vielleicht, vielleicht so. Hey, ein Hacker dauernd, nix gutes Tod. Hier ist direkt wo ist der irgendwo hin, sorry, für die Bordwahl, berechtigt. Ist die Drohne im Raum, ja Digger, offen. Ja, Blackbeard ist direkt in die Ecke da gekommen, die ist Kickbus, die wär schon in der Tür? Ne, durch die Ecke in der Tür, aber hinten in der Ecke. Digger, die wissen wo du bist, das ist egal, ja. Ich glaub einfach die haben, das sind alle Sprees und wir haben alle Wormick. Fuck! Das C4 hattest du besser nicht gebrochen. Was? Was? Bumm! Nicht, dass das weg wird! Fuck, ich bin sowas von tot. Komm schon, komm schon, komm schon, scheiße. Ja, ich fände nichts zu machen, Mann, ich bin hier einfach down, ja. Aufpassen, Ash ist da oben. Links, links, links. Da wo die Luke offen ist, da ist Ash. Was ist klar, dass die das jetzt zerschlagen? Pass auf, es ist definitiv Blackbeard, Alter. Okay, krass, ja. Ash hat's aufgesprengt, aufpassen, aufpassen, ist offen, ist offen. Aufpassen, da da vorne ist offen. Ja, das hat er jetzt aufgerallt. Ja, das hoffe ich mal. Vielleicht wird. Guck einfach auf die Geisel. Zeit läuft in 10 Sekunden, komm schon. Ja. Nicht, nicht, pick, nicht, pick, nicht, pick. Das, 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 das. Oh, yes, Mann. Ja, alter, nice. What are those? What are those? Mir geht das so auf die Eier, ne? Deshalb hab ich auch Rainbow Six nicht mehr gespielt, ey. Und was hat dich wieder dazu bewegt? Weiß nicht, ich hab, also es sind auf jeden Fall weniger Hacker. Also auf jeden Fall auf die niedrigen ELOs bis jetzt gewesen. Pass ab, dann kommt die neue Season, die haben doch, dann wird das bestimmt besser. Tatsache, nimmst du wirklich? Recruit? Ja. Oh, okay. Ist das ne Challenge? Also, get aimbottet. Komm schon. Nee, weil Recruit zweier Geschwindigkeit hat, muss nochmal im Sylt und die OP bist du nochmal. Komm, wenn wir jetzt gewinnen, wir sind grad im Vorteil, dann haben wir einen. Ja. Glaub nicht, ich weiß wie man gegen einen Hacker spielt. Okay. Wenn wir jetzt gewinnen, haben wir gewonnen. Ja. Warte, 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 warte. Wir haben gerade eine Runde, das ist mir dann zu risky, Alter. Guck, das markiert die... Da kamen von unten, glaub ich, ne? Ja. Das selben Room wie wir. Die Geisel wurde lokalisiert. Klar. Ja, der wird wahrscheinlich auch wieder Drone-ESP haben, oder vom Scheiß. Ja, Donald, ich schätze mal eh, dass er deine Drohne gleich zerstört. Also X-Code. 10 Sekunden. Ja, ich versuch die gleich. Ich versuch die grad möglichst gut für euch zu planzieren. 5 Sekunden bis Einsatz. John Luxor, ich schütte den ganzen Eid da. Geisel in Sicht. Ah, scheiße, warte, ich schieb die nochmal ein bisschen weg. Ah, Mann, Junge, ich komm auf sowas nicht klar, Alter. Warum kann man nicht einfach mal fair spielen und den Spasti klicken? Ähm, sollen wir am Bug vorne die Kamera auch noch zerstören oder lassen? Wenn du da noch vorbei kommst, mach sie kaputt. Nein, ich hab da eine Drohne dran. Wartet mal einen Moment, bevor ihr reingeht. Ist nix. Macht aber direkt die Kamera oben rechts kaputt. Scheiß auf die Kameras, ganz ehrlich. Warte, ich mach schon, ich mach schon. Die bringen dir hier nichts mehr. Ist weg, ist weg. Da kommt was. Unter uns oder über uns, ich weiß es grad nicht ganz genau. Guckt mal grad unten. Unter euch. Im langen Gang. Da liegt einer. Ja, ist bestimmt dicks, Kurt. So, ist weg, ist weg, ist gegangen. Woher meine Drohne gesehen hat, ist abgehauen. Ich safe hinten ab. Enric, komm ruhig rein. Ja, guck dir die Scheiße an, wie er peekt, Alter. Kommentar her. Jo. Ich safe hinten ab. Don't look so... Ja, ich muss mit dir gehen. Ich guck auf. For what are you up, mate? Edeberg, oder was? Ja? Oh, nein. Enric, einfach... Ja, ja, ja. Ja, klar. Aber safe immer ein bisschen hinten ab. Dann mal los für mich bleiben. Enric, pass auf die Treppe auf, sonst bin ich tot. Kleine Magazin! Okay. Welche Treppe bin ich jetzt, wo ich jetzt stehe, oder? Die! Die da, ist markiert. Ja. Ja, okay. In der Küche ist noch jemand. Bist du immer noch hinter mir, Nico? Nee, ich guck gerade auf die Küchenlöcher. Jetzt wieder. Hast du nur Granate, Nico? Ja, Flashbang. Komm jetzt mal in eine EMP rein. Wer ist hier? Wirkustor, die Anthem. Boah, siehst du den Arm. Siehst du den Arm? Ja, warte, ich leg mich hier hin. Jo, Zugangssperre zerstört. Ah, nee, pass einfach auf. Siehst du, du siehst den Arm. Ja, warte, ich leg mich hier hin. Einer down. Nix gottes für mich. Ich hab mich an der Küche in der Ruhe im Sohn. Wahrscheinlich hat er den Aim-Bot ausgemacht. Nico, lass mich vor, lass mich vor, lass mich vor. Lass das Schild vor, ja. Uh, nice. Hier ist ein Schild. Schön für dich, Nico. Soll ich hier aufsprengen? Leute? Warte, hier. Toll nicht. Ich springe auf. Schwarze Saugel zerstört. Kannst du aufmachen. Ich hab noch ne Drohne, falls ihr braucht. Rook ist tot. Edeberg, pass bitte. Jo, gut. Geisel übernommen. Vorwärts. Backry bei mir. Backry bei mir. Backry bei mir. Im Gang. Im Gang. Im Gang. Ja. Genau. Schön. Sehr schön. Geisel übernommen. Geisel übernommen. Geisel übernommen. Geisel übernommen. Alter, ich komme auf solche Spiele nicht klar, gell. Ohne Scheiß. Geisel übernommen. Can I mal kurz Pause machen? Ich muss mich jetzt erstmal wieder missverhalten. Jo, mach mal. Vielen Dank.